Jetzt machen wir den dritten Teil und ich bin da. Ich hab Schere, du hast Papier. Ja, ich hab eh, ich will die Hüvation einmal raus. Also ich mach die Tür zu kurz. Scheiße, mach mal ein bisschen mehr. Scheiße, ihr werdet das sehen. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Fack nicht! Scheiße. Nur das? Fack das Ganze zurück. Okay, nein, dann sehen die das hin. Dann sieht er das. Mein Gott, du bist so dumm. Ey, der sieht das so dummes Kopf. Du musst mal nachdenken, Digga. Komm mit, Kamera. Komm mit. Muss nicht sein. Okay. Jetzt haben wir den Erdgeguckt, Digga. Okay. Ey, lass leise sein. Komm ein bisschen. Nicht so viel. Komm. Nicht so viel. Übertreiben, damit es erst so sauer wird. Warte. Das? Nein, mach. Sei ein bisschen leise. Sei ein bisschen leise. Ich bin ja so stark. Bisschen. Reicht, 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 reicht. Jetzt wird was dunkel ist. Gib mal Wasser, gib mal Wasser. Das ist eine Sprule. Nein, sprut. Das ist richtig schön. Okay. Reicht, reicht, reicht. Jetzt wird's da. Jetzt sprut. Soll ich kommen? Nein. Reicht. Reicht. Reicht, reicht, reicht. Ich will. Guck mal, guck mal. Schief. Okay, alles hinziehen. Nein, auch nicht. Ich muss eh. Auch nicht. Kann ich kommen? Nein. Nein. Lass mal ein Mädchen nehmen. Sei leise. Er wird eh nicht schmecken. Okay. Okay, Reicht, du kannst kommen. Das wird richtig ekelhaft. Du hast gebacken? Wasser. Das heißt Wasser. Habt ihr Honig? Ja. Zwei. Zucker? Ja. Drei. Das? Ja. Vier. Das? Nein. Einmal ein paar. Einen Schluck. Einen Schluck. Das wird richtig lecker schmecken. Richtig lecker? Ich geh lieber ein Schritt mehr. Bleit schritte? Lecker? Nein, bleibt. Das ist lecker. und wie war es? wie war es? wie war es? wie war das? was hast du gemacht? digga, ihr kleinen schwein wir machen das sauber und jetzt noch noch nicht, noch nicht er hat nur vier noch zwei noch zwei ich hab das gesagt und das und das nein wir sind fertig zwei Sachen wir sind fertig das, das, das das, das, das wir sind fertig es sind noch eine einzige Sache wir sind fertig wir sind fertig danke Kameramann wir sind fertig doch doch wir sind fertig ich hab das noch gepackt nein, das sieht man gar nicht ja, okay, egal okay, wir sind jetzt mit dem Video fertig, haben gekleckert, haben gemeckert danke, äh, danke wir sind das wir sind die die